See you guys in the next video here on the channel and in the next episode of the MGT News. Die Themen heute Robert Lewandowski unzufrieden beim FC Bayern München, das Thema Mailand und neue Marktwerte in der Bundesliga. Bevor es heute losgeht, zunächst einmal die Info, checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung, Link zu OneFootball, meinem Partner für diese MGT News Serie. Checkt die neuesten Updates und neuesten Live-Scores in dieser App und ladet sie euch heute noch kostenlos auf euer Smartphone runter dazu. IG-Volt 6% Rabatt auf eure Coins, Fieber-Points, PS, an dem Microsoft-Code, mit dem Kaufmarkt Gaming TV, mein Merchandise und natürlich auch meine Social Media Links, Instagram, Twitter und Facebook. Auf jeden Fall mal auschecken. Die erste News kommt auch direkt von OneFootball und in der geht es um den HSV und um Klaus Michael Kühne. Denn der Investor des HSV, beziehungsweise auch Großaktionär, hat mittlerweile ja quasi wieder garantiert, dass er Investitionen in den Verein tätigen wird und zwar 20 Millionen. Davon ist die Rede. Das heißt, das haben die auf jeden Fall genug Geld für Transfers im Sommer. Unter anderem beispielsweise für einen Kirchjag, was Papadopoulos, der wohl das Transfer-Target Nummer 1 sein soll, für den Bayer Leverkusen, die aber eine ordentliche Stange Geld verlangt. Jetzt könnte der HSV sie den eventuell leisten. Die Frage ist nur, ist es sinnvoll, sich so teure Spieler zu kaufen oder sollte man besser raushalten als in den letzten Jahren? Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, aber der HSV auf jeden Fall wieder mit Geld für diese Sommertransferbereite. Wir machen weiter in der Bundesliga mit Transfers und zwar kommen wir zu Borussia Mönchengladbach und die haben sicher ein großes Talent, zumindest einigen FIFA-Spielern, sollte ja bekannt sein, jetzt geangelt bzw. kurz davor, ihn unter Vertrag zu nehmen und zwar Reece Oxford von West Ham United. Momentan sieht es dann auch, als ob sie den Engländer ausleihen würden, der ja mit seiner Mannschaft letzte Saison nicht so den Erfolg hatte, aber als großes Talent auf der Insel gilt, gerade mal 18 Jahre alt ist, dementsprechend eine Menge, Menge Potenzial hat und an sich auf jeden Fall ein großer Verteidiger werden könnte. In der Vergangenheit hat ja ganz gerne mal Gladbach-Leihgeschäfte aus England gemacht. Beispiele sind Thorgan Hazard und eben Andreas Christensen, der ja auch unglaublich stark geworden ist. Reece Oxford wäre der nächste Spieler, bei dem das funktionieren könnte. Die große Frage ist, wird es das? Allerdings muss man auch sagen, dass er natürlich einige Innenverteidiger schon haben. Ein Elwedi, ein Christensen, ein Kolo Djecak, ein Dukouré vom PSG. Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll wäre, auch wenn Oxford auch Sechser spielen kann. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Interessant auf jeden Fall zu sehen, ob sie dieses Megatalent im FIFA zumindest bekommen werden. Wir bleiben in der Bundesliga und es geht um die neuen Marktwerte. Und da haben sich einige Sachen geändert. Unter anderem ein ganz, ganz großes Minus für Thomas Müller, der mittlerweile auf 50 Millionen gesunken ist. Anfang der Saison stand er noch bei 75 Millionen. Dann ja aber wenige Scorer-Punkte, beziehungsweise immer noch viele Scorer-Punkte, aber weniger als normalerweise gemacht. Keine gute Saison gehabt und dementsprechend er jetzt runtergewertet worden auf 50 Millionen. Ziemlich krass. Auch Manuel Neuer wurde abgewertet. Vor allem ist es altersbedingt, Marco Reus verletzungsbedingt, Renato Sanchez einfach, weil er sich in der ersten Saison nicht so wirklich eingefunden hat. Aber es gibt natürlich nicht nur negative Sachen. Es gibt auch einige positive Sachen, unter anderem der komplette SC Freiburg, beziehungsweise die komplette Startelf, die jeweils aufgewertet wurde. Von Maximilian Philipp über Vincenzo Grifo bis im Endeffekt sogar hin zu Schwolo im Kasten. Alle haben ein Upgrade verdient und alle haben ein Upgrade bekommen nach der Klasse-Saison, die ja wieder mal in der Euroleague-Qualifikation geändert ist. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Freiburg macht genau das, was sie die letzten Jahre immer gemacht haben. Spieler entwickeln, Spieler verkaufen und wieder neue holen und aus denen große Namen machen. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Kann man sich nicht beschweren. Und ich denke, Freiburg ist glücklich über die Marktwerte. Genauso wie RB Leipzig. Bei RB hat jetzt unter anderem Timo Werner ein ordentliches Marktwert-Upgrade bekommen. Und zwar auf 25 Millionen Euro. Damit ist er genauso viel wert wie Gabriel Jesus. Und von den U21-Spielern der viertwertvollste auf dem Markt. Auf jeden Fall ein großer Sprung. Aber auch verdient nach seiner krassen Saison. Navi Keita wurde auch deutlich aufgewertet. Emil Forsberg auf 25 Millionen. Jetzt sind wir näher an der Forderung von RB mit 35 Millionen dran. Sehr, sehr interessant. Die Frage ist jetzt nur, bleiben die alle bei RB? Werner heute fast ein Tor geschossen für Deutschland beim Confit Cup. Navi Keita ja sowieso bei ganz vielen auf dem Zettel. Und Forsberg eben vor allem bei Milan. Ich bin gespannt. Aber neue Marktwerte findet ihr vor allem auf Transfermarkt. Ich denke mal, das sollte klar sein. Kommen wir zum letzten Thema in der Bundesliga. Und das ist der FC Bayern München. Beziehungsweise genauer gesagt der Stürmer des FC Bayern München. Robert Lewandowski. Dessen Berater jetzt gesagt hat. Und das ist ja auch schon nach dem Saisonende durchgeklungen. Nachdem Robert Lewandowski die Torschützenkanone für sich behaupten konnte, dass Lewandowski sehr, sehr unglücklich ist und sehr, sehr unzufrieden damit, wie das Saisonfinale bei den Bayern verlaufen ist. Gerade, dass er am letzten Spieltag nicht mehr den nötigen Support erhalten hat, um halt noch das Tor zu schießen, was ihm zur Torschützenkanone gebracht hätte, hat ihn sehr geärgert. Und momentan scheint es wirklich so, als ob diese Verärgerung nicht nur minimal wäre, sondern tatsächlich ein bisschen größer. Jetzt kann man natürlich sagen und rumspinnen. Lewandowski wird wechseln. Allerdings, vielleicht ist es gar nicht so unrealistisch, ich möchte nur erwähnen, dass er halt unzufrieden ist und dass der Berater das gesagt hat. Ja, das ist halt einfach so. Deswegen, das ist die News. Ich mache jetzt mal kurz Spekulationen und Gedankenspiele. Bayern war zuletzt offiziell interessiert an Cristiano Ronaldo. Rummenigge hat dementiert. Vor allem, weil Ronaldo zu teuer ist. Angenommen, Lewandowski ist unzufrieden bei Bayern und möchte wechseln. Kann es dann vielleicht sein, dass Lewandowski zu Real geht? Wo er ja sowieso schon mal hin sollte. Dann kommt Ronaldo zu Bayern. Und das würde passen. Allerdings ist dann die Frage, was passiert mit Mbappé? Denn Mbappé hat jetzt gesagt, dass wenn er wechselt, er nur zu Real gehen wird. Hm. Komisch. Ich glaube, Lewandowski bleibt sowieso und Ronaldo geht nicht zu Bayern. Andere Geschichte, eure Meinung, haut sie in die Kommentare. Gedankenspiele sind doch schön, oder nicht? Wie komme ich jetzt per Überleitung von Real Madrid und Cristiano Ronaldo zu Dani Alves? Ach so, ja, ich weiß. Der größte Rivale von Real Madrid heißt FC Barcelona. Und die hatten mal einen sehr, sehr starken Rechtsverteidiger. Der gerade auch in FIFA immer zu Unrecht Team of the Year Karten bekommen hat. Sich jetzt aber wieder extrem gesteigert hat nach seinem Wechsel zu Juventus Turin. Das ist eben Dani Alves. Allerdings steht er auf dem Absprung. Mittlerweile 34 Jahre alt, dementsprechend nicht mehr so unbedingt einer für die Zukunft, aber natürlich trotzdem einer der Besten der Welt. Und Juventus Turin hat nur noch einen Vertrag mit ihm bis 2018, also bis nächstes Jahr. Und jetzt ist Manchester City mit Pep Guardiola interessiert an ihn. Sehr, sehr krasse Geschichte. Die brauchen einen neuen Rechtsverteidiger, denn bekanntermaßen ist Pablo Zabaleta abgewandert. Und auch wenn Alves vielleicht nicht eine Dauerlösung wäre, wäre der zumindest für eine Saison nochmal gut. Hat nun der Guardiola schon gespielt bei Barcelona? Ist dann ja auch, glaube ich, wegen Diskrepanzen mit Enrique weggegangen von Barcelona? Zu Juventus. Bin mir nicht ganz sicher. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und jetzt könnte er eventuell wieder zu seinem Ziehvater. Das wäre natürlich krass, muss man sagen. Und auf jeden Fall eine Bereicherung für City. Auch wenn natürlich Dani Alves noch nie in England gespielt hat. Und ich weiß, ob der da hinpasst, weil er ist ja der Technische. Aber ich weiß nicht. Schreibt meine Kommentare. Was meint ihr? Alves zu City? Klingt das realistisch für euch? Für mich ja persönlich nicht so, aber es gibt noch ein unrealistischeres Gerücht in meinen Augen. Und das ist Pierre-Emerick Aubameyang zu Liverpool. Wobei, vielleicht ist das gar nicht so unrealistisch. Denn der Trainer bei Liverpool ist bekanntermaßen Jürgen Klopp. Der kennt Aubameyang und der würde den ganz gerne zu Liverpool holen an die Enfield. Und die Sache ist das Geld. Allerdings will Liverpool drei Spieler für 70 Millionen abgeben. Und das sind einmal Lazar Markovic, dazu Mamadou Sacco und Alberto Moreno. Wie auch immer man für die 70 Millionen Euro kriegen will. Aber irgendwie schafft Liverpool das. Zumindest in den Augen der Verantwortung. Und dann wäre theoretisch auch ein Transfer von Aubameyang drin. Die haben sowieso Geld bis zum Gehtnichtmehr. Und Aubameyang wäre einfach ein krasser Stürmer. Das ist das große Problem bei Liverpool. Die haben nämlich keinen krassen Stürmer. Die haben einen Firmino. Der ist aber eher Zehner. Coutinho ist Außenbahnspieler. Mané ist eigentlich auch eher Außenbahnspieler. Und sind wir mal ganz ehrlich. Ings und Sturridge sind ganz gut. Aber nicht die Klasse, die man braucht, um wieder oben anzugreifen. Im Vergleich vor allem zu den anderen Teams, die vorne halt absolute Granaten drin haben. Die Frage ist jetzt. Passiert das wirklich? Oder glaubt ihr, dass das einfach nur ein Gerücht ist, weil Klopp da Trainer ist? Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen. Aber, wer weiß. Vielleicht geht Aubameyang auf die Insel. Vielleicht geht er zu Liverpool. Und vielleicht holen die den krassesten Stürmer auf den Markt. Das wäre natürlich neben Mbappé so ein krass. Gut, gut, gut. Damit sind wir fast am Ende angelangt. Aber wie kommen wir jetzt von Liverpool zurück in die Serie A? Liverpools Torwart ist bekanntermaßen Loris Karius. Der galt in Deutschland als sehr großes Torwart-Talent. Aber nicht als so großes Torwart-Talent wie Gigi Donnarumma. Über den habe ich in den letzten Episoden immer wieder gesprochen. Weil der ja jetzt vor einem Wechsel bzw. vor einer Nichtverlängerung seines Arbeitspapiers mit dem AC Mailand steht. Und Mino Raiola hat sich jetzt ganz groß beschwert. Ganz, ganz groß geschwert. Dass Donnarumma gemobbt werden würde von Mailand. Und dass das alles nicht in Ordnung wäre. Weil Mailand ja gesagt hat, dass sie eventuell ihn bis 2018 auf die Tribüne setzen wollen. Weil sie nicht mit einem Spieler, der sich angeblich wieder digitiert und doch wechseln möchte, weiter arbeiten möchten. Wäre legitim. Hat damals Man United Tegre auch angedroht, als er zu Madrid wollte. Und im Endeffekt hat Tegre auch verlängert. Ist das vielleicht einfach nur ein Spiel? Einfach nur ein bisschen Druck machen auf den jungen Donnarumma? Oder ist Maraiola einfach nur die größte Memme, die es gibt? Der Kerl ist so ein abgekaterter... Ich werde jetzt nichts weiter dazu sagen. Und dann beschwert er sich über Mobbing. Über Mobbing von Mailand. Weil sie ihn auf die Tribüne setzen wollen. Und weil sie einen Banner vor der Geschäftsstelle nicht entfernt haben. Der Kerl ist so lächerlich. Was übrigens auch lächerlich war. Allerdings irgendwie auch wieder ziemlich lustig. Ich fand es ehrlich gesagt nicht gut. Aber irgendwie halt auch wieder lustig. Donnarumma wurde gestern beim U21-EHM-Spiel mit Falschgeld beworfen. Von Mailand-Fans. That's my human. Ah, wenn wir gerade von Mailand reden, dann kommen wir doch nochmal zu einem anderen Keeper. Der ist kein großes Talent mehr. Der ist bekannt für seine Klasse. Hat aber heute im Convert Cup, also für euch gestern, ein bisschen gepatzt. Das ist Bernd Leno. Äh, Leno ist ja Leverkusens Torwart. Und die große Geschichte bei Bernd Leno ist, im FIFA dann 86er-Renning. In Realität macht er mal wieder Patzen. Hat man jetzt, wie gesagt, beim Convert Cup gesehen. Aber trotzdem steht er auf dem Zettel von vielen größeren Vereinen. Weil er so ziemlich der beste deutsche Keeper ist. Nach Manuel Neuer in meinen Augen. Und jetzt gibt es einen ganz großen Interessenten. Und zwar lustigerweise, passenderweise, den AC Mailand. Und dementsprechend war das die perfekte Überleitung mal wieder. 16 Millionen ist der Markt wert. 25 Millionen ist Milan anscheinend bereit zu zahlen. Die haben ja das Geld. Die haben einen Investor. Das passt ja alles. Mit Donnarumma generieren sie eventuell. Also ich nehme mal an, der geht nur dahin, wenn Donnarumma... Also vielleicht geht er auch so, wenn Donnarumma auf der Tribüne gesetzt wird. Aber nichtsdestotrotz. Also wenn Donnarumma nicht verlängert, könnte Lino durchaus kommen. Und da vor allem Leverkusen nächstes Jahr nicht international spielt. Und Lino eigentlich international spielen muss. Und der eine ziemlich junge Freundin hat, die bestimmt gerne in Mailand leben möchte. Kann ich mir das schon gut vorstellen, ehrlich gesagt. Mailand ist eine schöne Stadt. Guter Verein. Viel Tradition. Der kann da wieder was aufbauen. Und der spielt international. Besser geht es eigentlich kaum, oder? Ich halte es für mich unrealistisch. Zumal Bayer Leverkusen bereits an einem Ersatz-Torvalkonen interessiert ist. Und zwar an Lukas Radetzky von Frankfurt. Das war ja der Hero der vergangenen Saison. Auch wenn Frankfurt an die Leistung der Hinohlen und Jan knüpfen konnte. Sehr, sehr wichtiger Mann. Die große Frage ist, wird das tatsächlich passieren? Was glaubt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Und dann war es das für diese Episode der MGT News. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mal eure Meinung zu den ganzen Transfers und Gerüchten und News in die Kommentare. Und wir sehen uns dann gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auch. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Checkt die Links in der Beschreibung. Wenn euch den Kanal kostenlos und bleibt es noch überpassen. Ciao. Bis dann. Vielen Dank.